Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Tutorial und diesmal geht es um den Beta-Stack-Able-Mod für 1.2.3 und alle weiteren Versionen, die danach folgen werden. Damit kann man einfach ganz simpel alle Items, also alle möglichen Items, die man vorher nicht stacken konnte, bis zu 64 stacken. Wie zum Beispiel Eimer bis 64, Türen bis 10 und Eier zum Beispiel bis 64, Enderpearen bis 64, Minecarts bis 64, Tränke bis 10, Sattel bis 64, Schilder bis 64, Snowballs bis 64 und Suppen bis 64. So, ganz einfach wie man es installiert, das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Man öffnet ganz simpel euren App-Data-Ordner, in dem ihr einfach %App-Data eingibt. So, dann öffnet ihr den Punkt Minecraft-Ordner, wir werden einfach mal ganz kurz das gleiche machen. So, wir sind jetzt hier schon da, ich gehe mal ganz kurz zurück. Wenn ihr App-Data-Ordner eingibt, ich verspreche mich die ganze Zeit, das ist schon das dritte Mal, tut mir leid, Data, dann kommt ihr in den Punkt Minecraft-Ordner und dann sollen wir in den Punkt, also in den Bin-Ordner gehen und dann sollen wir diese Minecraft-Jar öffnen mit Winra, das dann einfach mal hier stehen lassen. Dazu holt man sich dann ganz einfach mal, ähm, dann geht man einfach in den Beta-Stick-Aimel-Mod und da drin befinden sich Classes-Change-How-To-Install. Man geht einfach in die Classes, schiebt das hier alles hier rein, zack, und da habe ich das schon mal einen Fail gemacht, muss ich das mal ganz kurz hier weglöschen. Und vorher muss man auch den Meta-Impf-Ordner auslöschen, der auch da drin ist. So, und dann startet man einfach Minecraft, ähm, Moment, das mache ich mal ganz kurz. Dann startet man Minecraft und dann werden wir gleich mal reinschauen. So, dann ist man hier einfach ganz dritte drin, in einer neuen Welt, geht dann hier rein und kann dann zum Beispiel mal testen mit den Eimern, dass man sie einfach stacken kann. Das war vorher nicht möglich, jetzt ist es auf jeden Fall möglich. Was war denn noch nicht möglich? Ich glaube, ähm, hier kann man alles stacken jetzt. Setzen und Sattel kann man zum Beispiel stacken, wie man seht, sehen kann, beziehungsweise Türen müsste ich eigentlich auch noch haben, oder? Wenn nicht, bauen wir jetzt mal ganz kurz ein paar Türen. Ich zeige euch das mal ganz kurz, dass es mit Türen auch geht. Und dann war es das eigentlich schon. Das ist eine relativ kleine, ähm, kleine Vorstellung. Ähm, dann zeige ich noch, wo ihr das downloaden könnt. Zack. Und schon haben wir die Türen gestackt. So, das war es von Minecraft selber. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier schauen. Oh, ne, das war was anderes. Ähm, dann geht man nochmal ganz kurz hier schauen. So, wie ihr es runterladen könnt, das steht hier unter Downloads, Spoiler öffnen, auf upload.to. Da drückt ihr einfach auf Download und das war's. Wenn ihr damit irgendwelche Probleme habt mit dem Download, meldet euch einfach bei mir, dann lade ich es woanders hoch. So, das war's von dem, ähm, von dem Tutorial, Tutorial, ich weiß nicht, was heute los ist, aber ob ich verspreche mich. Das war's von dem Tutorial, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schon wieder bis zum nächsten Mal. Egal. Bye. Egal. 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 Vielen Dank.